hey leute und herzlich willkommen zu einer weiteren mod vorstellung heute zeige ich euch den craft bag mod für die minecraft version 1.4.7 ja was fügt der motto hinzu wie man es auch schon hören kann craft bag also ihr habt items wie zum beispiel ich jetzt hier ein paar rausgeholt habt und ihr habt derzeit bogen gekraftet und ihr fällt euch ein nein die strings hätte ich für etwas anderes nutzen können weil die hätte ich für den steuerpartrat nutzen können oder sonst was dann tut ihr den einfach wieder hier rein und kriegt das wichtigste wieder hier kriegt zum beispiel drei string wieder ihr bekommt natürlich nicht alles wieder aber ja halt immer so das hauptsächliche warum ich die hier drin habe weiß ich nicht wird jemand hä warum habe ich die jetzt reingetan weiß ich auch nicht gut ach genau ich hatte hier schwert und sowas reingetan da zeige ich gleich auch noch mal also wenn man hier ein gold ingot hin tut bekommt man neun gold nacket ne ender chest bekommt man eye of ender bei einem brot bekommt man drei weizen beim beacon block bekommt man den never star ist halt immer das wichtigste oder das wertvollste beim schild bekommt man zwei holzplanken beim envil bekommt man 31 ironing gods und beim enchanting table ist natürlich klar da kriegt man diamanten wieder so wechseln wir einmal den game mode ich habe nämlich irgendwie kennt man die items drin nachbauen wir einfach alles hier oben hin so holen wir jetzt mal hier ein bisschen rüstung ein schwert mit es geht nicht mit allen sachen zum beispiel mit pfeilen geht es auch nicht wir tun jetzt einfach mal hier eine chestplate rein und bekommen 8 ironing gods oder ein diamantschwert und bekommen zwei diamanten halt immer wie gesagt das wichtigste aber holz tools bekommt man halt immer holz also ist wirklich sehr cooler mod also erst sehr nützlich und wenn ihr den mod auch gut findet dann bleibt es dran denn ich sage ich dann jetzt auf dem desktop die installation bis gleich so jetzt sind wir wieder auf dem desktop die installation des kraft back mod ich habe jetzt hier so eine kleine zip erstellt ihr könnt diesen mod mit dem mod lauter und der minecraft forge installieren beides ist in diesem pack enthalten ich zeige beide installationen ich habe auch beides ausprobiert funktioniert auch beides so gut dann geht einfach auf den link den ich wie man die beschreibung setzen werde es kommt herunter und klickt dann einfach hier auf download dann gehen wir erst mal hier in diese diese datei und dann einfach die drei dateien also die minecraft forge mod laut dem mod selbst der mod selbst ist nur eine class datei mehr nicht ja dann kann ich auch schon die die sieb die ich zusammengestellt habe wegschmeißen und öffnen einfach mit start und er das fenster ausführen und geben dort prozent ab data prozent ein drücken auf ok gehen in den punkte minecraft ordner dann in den bin ordner und machen einen rechtsklick auf die minecraft jar öffnen mit winrar archiver dann können wir es einmal schließen als erstes müssen natürlich wie immer die mitte info suchen und diesen löschen so dann gehen wir ich zeig es erstmal von mod lauder wenn ihr den mod lauder das mit mod lauder machen wollt hinter alle dateien von mod lauder und zieht sie einfach in die minecraft jar drückt auf ok dann ist der mod lauder installiert jetzt müsste einfach die datei hier nehmen und die robert auch auf ok drücken so dass jetzt für mod lauder und wie es für minecraft forge macht ihr nehmt auch einfach alle dateien auch dem meta infortner aus dem minecraft forge aus der minecraft forge zip zieht einfach alles in die minecraft jar so können die minecraft forge schließen nimmt auch einfach den mod und zieht ihn auch einfach in eure minecraft jar so und schon ist der mod installiert ist wohl nicht schwer ja ansonsten hoffe ich es hat euch gefallen und wenn der mod euch auch gefällt könnt ihr den einfach runterladen und ansonsten bedanke ich mich fürs zusehen ich wünsche auch noch schönen tag und schau leute und schau leute